Entschuldigung, Sie haben genug Wortmeldungen gehabt. Ich hätte jetzt noch gerne einen von Ihnen, der sagt, warum wir angeblich Nein sind fertig. Ich möchte noch kurz einen Satz sagen. Und zwar, Ihre Stellvertreterin, die hat, sie zitiert gerne Willy Brandt. Ich möchte ihn auch zitieren. So mit den Worten, Sie sind ein Hetzer, seit Goebbels der Schlimmste. Aber halt, dachtet ihr ernsthaft, das wäre alles gewesen? Macht euch für das harteste Comeback der Geschichte bereit. Sie zitiert gerne Willy Brandt, ich möchte ihn auch zitieren. So mit den Worten, Sie sind ein Hetzer, seit Goebbels der Schlimmste. You are a bloody wanker, you little left fucker. Auch hören, wenn Sie sich vernünftig informieren. Ich habe mich vernünftig informiert. Na ja, das bezweifelt. Oh, that's your ass one! Oh, wow! Oh, wow! Sie sind ein Hetzer, seit Goebbels der Schlimmste. Oh, shit! 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 Vielen Dank.